Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge und zwar heute ein Infovideo. Ja, ähm, ich werde auf jeden Fall Just Cause weiter let's playen. Ähm, auch wenn ich jetzt wieder lange nichts hochgeladen habe, ich hatte halt keine Motivation mehr Videos zu machen und keine Lust. Ja, aber jetzt soll ich da Videos machen und zwar richtig viele. Oder ich versuch's zumindest. Ob es jeden Tag ist, weiß ich noch nicht, aber ich versuch's auf jeden Fall. Und ich werde jetzt auf jeden Fall nie wieder so eine lange Zeit keine Videos mehr machen. Ja, ähm, ich hoffe, das wird jetzt nicht nochmal passieren, dass ich so lange keine Videos mehr mache. Äh, äh, ja, ja. Ähm, aber eine Änderung gibt's und zwar ich werde jetzt erstmal Just Cause 3 zu Ende let's playen, weil ich hab keine Lust dann mehrere Let's Plays auf einmal immer zu machen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf ein Let's Play hier konzentrieren. Das würde ich mich ein bisschen besser finden. Ja, ähm, ich hoffe das ist okay für euch. Also Weathered Redemption wird jetzt dann erstmal gestoppt, wie die ganzen anderen Let's Plays ja auch erstmal. Dann machen wir sie später vielleicht irgendwann nochmal weiter, aber ich werde jetzt erstmal Just Cause 3 fertig kriegen. Ja, ähm, das war's ja auch eigentlich schon. Es wird auf jeden Fall heute noch ein Video hochkommen, Just Cause 3 dann. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Tschüss Leute!